Dann sehen wir doch mal, wo ihr euch versteckt haltet, Maltael. Adria. Die Engel werden unser Fortbestehen niemals zulassen. Sie können nicht akzeptieren, dass wir unseren eigenen Weg wählen dürfen. Die Dämonen sind da wesentlich flexibler. Das ist wunderschön. Die Dämonen sind da. Diablo hat mir eine Vision gesandt, in der er zurückgekehrt ist. Und ihr seid derjenige, der ihn befreit hat. Nein. Er findet immer ein... Diablo wird zurückgehen. Ich habe getan, was ich konnte. Das war's für heute.